Willst du oder ich anfangen? Ja, ich kann anfangen. Vorrein. Fast Forward Science ist eine verdammt gute Möglichkeit für junge Videomacher. Wir haben jetzt verdammt viele kennengelernt. Fast Forward Science ist für mich sehr gute Unterhaltung und man lernt noch was dabei. Fast Forward Science ist ein Video-Wettbewerb, auf den die Welt lange warten musste und den es jetzt endlich gibt. Fast Forward Science ist eine tolle Möglichkeit, Wissenschaft mal ganz anders zu präsentieren. Fast Forward Science war für mich eine tolle Sache, weil es nämlich genau die Initialzündung war, genau diesen Film zu machen. Fast Forward Science ist ein sehr gelungener Anreiz, Neues auszuprobieren und sich selbst bekannt zu machen. Fast Forward Science ist eine super Möglichkeit, um sich mit der wissenschaftlichen Community zu vernetzen. Fast Forward Science ist für mich eine tolle Herausforderung für Wissenschaftler und für Wissenschaftskommunikatoren. Fast Forward Science ist für mich die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Fast Forward Science ist für mich auf jeden Fall wieder neue Motivation. Fast Forward Science ist incredible.